Wir können die mal probieren. Also so geht's schon mal nicht. Also mit Speed erreicht man hier gar nichts. Hab den Kack. Nur das Problem ist, normalerweise würden mir die sagen, würden mir die euch zeigen, sagen, die sind verbuggt und überspringen. Nur wir haben jetzt anderthalb Challenge jetzt übersprungen und ich weiß... Das sind ja nur zwei Sprünge, oder? Nee, nee. Nee. Ah! Ah, fast! Voll gut. Da komm, probier das mal so. Es ist nicht... Es ist nicht unmöglich. Weil dem ist schwer verpackt. Ja! Schafft. Oh nein. Oh nein. Einen ganzen... Einen ganzen Stage, so. Ja. Frantic. Be fast, be fancy. Ach du je. Okay. Oh, oh. Aber man kriegt ja zumindest kein Damage, also... Ja, das... Bist du das mal... Was? Ne, so geht's schon mal garantiert nicht. Indem ich einfach mal über den Kaktus drüber springe. Weißte, so Sprünge sind natürlich wieder asi. Ein, zwei, drei, fünf, sieben Kaktusprünge haben wir hier. Aber soweit ich das noch sehen kann, sind's die... Ich bin mal bis wo in die Geschichte gekommen bin. Ich bin bis in die Geschichte gekommen. Ey, ich würd sagen, wir cheaten nicht, aber wir machen uns, wenn einer da hinten diesen Block erreicht, eine Leiter dahin, das ist so ein Mini-Check-Bot ist. Ups. Lass mich mal allein, ich versuch mal einen Technik aus. Ich glaub ich schaff's raus. Wie denn? Ja. Äh, du kriegst immer zweimal Damage und dann musst du abspringen. So knack, knack und dann springen. Ups. Ja, ich muss erst mal auf dem Kaktus bleiben. Ah, nein! Eine Sekunde! Pff, ah, Mann! Aber guck mal. Hm? Hm? Das nervt. Hm? Ja, ja. Ich seh, was du meinst. So, ich glaub für mich ist das schwieriger, weil bei mir ein bisschen der Server braucht. Ja! Ey, soll ich jetzt hier eine Leiter hinbauen, Till? Ja, mach. Denn, wie gesagt, für mich sind die Kaktusprünge noch mal ne Spur schwerer, denn das ist mir grad aufgefallen. Wenn ich den ersten Damage bekomme, dann hab ich... Also, bei... Wenn ich den spüre, hab ich im Spiel drin schon den zweiten bekommen. Also, ich muss... Ich kann das gar nicht teilen. Warte, warte, das ist... Das ist du. Mach eine Leiter hier in die Mitte. Nein, nicht in die Mitte, sonst wäre... Ach so! Sonst wäre der Sprung einfacher, weißt du. Ach, ja, ja, ich weiß. Okay, also... Die Kaktussprünge sind machbar. Ja, die sind machbar, nur unglaublich schwierig. Ich hab's geschafft, Till. Juhu! Also, sorry Leute, dass ich... ...dass ihr grad sehr viel gecheated... ...gecheated seht. Aber das wird jetzt hoffentlich ein bisschen besser. Naja. Boah, und das wird die Splash-Potion finde ich so geil. Ich überhaupt nicht. Ich mag das nicht. Finde ich so geil. Hallo? Doch, guck doch mal. Wuuuui! Ja! Hey, ich blick, ich blick dieses Splash-Potion-System leg ich jetzt durch. Das ist voll einfach, Till. 51! Ne, ich blick hier nicht durch. Och, ne. Wuhu! Okay, das war... Na ja, auf jeden Fall die ganze Challenge jetzt so, bla bla bla, Kevin hat's geschafft. Oh, jetzt geht's ans Endstone. Ja, aber das sind wieder Kakti. Wieder Kakti? Nein! Ja, aber... 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 Also... Ja, du bist 10, ist okay. Ach so! Hier haben wir auch... Aber die... Die gehen, die gehen, äh... Ups! Ah, ich bin der Kaktus! Oh man! Ohne Scheiß mal, ey! In echt hätte ich den schon lange kaputt getreten oder angerotzt. Hä? Eins von beidem. Ja, oder beides. Also, erst angerotzt und dann getreten oder erst getreten und dann angerotzt. Gute! 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 Komm, mach die Challenge, hab' kein Bock mehr! Krieg's den Arschloch! Wenn du schon so freundlich bist, nö! Gute! Da! Um die Ecke! Ja, ja, sie ist. Ich hab' schon gedacht, wie soll ich denn den Sprung schaffen? Spring! Da hoch! Crouch! Wunderbar! Ja! Ja, geschafft! Oho! Wieder Musik! Und diesmal nicht irgendwie solche alte Leier! Mach' mal das hier! Ich tue so ne alte Leier! Ja, warum nicht? Fah! Das war die doch von denen, du Vogel! Ich hab' einfach irgendeiner rausgegriffen! Dann wechsle dich mit die Platte! Warum hab' ich auf einmal ne Leiter? Nein, die Schossel... Ach, da hinten muss ich! Oh, hier äh! Esschel-Wahrer Meister Musik! Meister Edermusik! Uhhh! Da haben wir uns! In den Zehnerjahren! In den 10erjahren! Ja, die hast'." Ne, Peter, Neung Musik! Mach' die, mach' die tiefklar! Naja. Oh, nein. Drüber gesprungen, die Steppe. Oh, da bist du aber weit gekommen. Naja. Leiermusik. Oh, das ist echt eine Leiermusik. Hallo? Hör dir die machen. Oh, Leiter. Sprintjumps. Das freu ich mich. Hey, die sind aber nicht schwer, Till. Ja, schwer genug für mich. Also ist so, dass ich damit meine Probleme habe. Ah, da darf der Spiegel durchwaschen, sollen die Steppen. Ja. Das hat Sprung. Overlap. Ich mach das hier gerade zum Sprintdurchlauf. Oh, so. Aha, jetzt hat's, ja, jetzt hat's geklappt. Eih, wieso sprintet der da nicht? Hast du es geschafft, die Challenge? Ja. Gut. Gut. Overlap. Aaaaaah. Ich mach immer wieder denselben Fehler, ey. Also Leute, jetzt läuft's schon wieder. Ja, jetzt kommen wir wieder ein bisschen voran. Ja. Ups, ja, vergessen zu... ...quouchen, wie der Kevin so schön sagt. Quouchen. Vergessen zu springen, wie der Tür immer sagt. Hm. Ui, geschafft sogar. Wie viele Folgen haben wir jetzt schon? Ähm, wir... ...wie sehen's bei 38 Minuten. Ja, also... ...so, dann machen wir... ...die Folgen auch. Ja. Okay. Nein, verdammt! Ach, da war sogar ne Hilfe. Nein! Ne, war doch nicht. Hat das sehen wir, was? Ich bin schwach. Äh. 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 Also, äh, wenn ihr diese Folge seht, habt ihr es wahrscheinlich schon... ...euch so ausget... ...euch so selbst gedacht, aber... ...in nächster Zeit wird Portal 2 und GTA wieder zurückgeschraubt werden. Und dafür wird ein bisschen mehr Minecraft kommen. Ja, geschafft. Und, ähm... Naja. Und unser Kanal ist doch mal ein bisschen überarbeitet, oder? Was? Und unser Kanal bin noch ein bisschen überarbeitet. Ja, also, in nächster Zeit, als wenn ihr das seht, wird das wahrscheinlich schon vieles passiert sein. No! Uhhh. Ich, was halt nicht mehr auf Sprengen. Ich, was halt nicht mehr auf Sprengen. Für bessere Überschriften, andere Thumbnails, ein Kanalbild. Ach, welcher YouTuber für ein Kanalbild. Ja, bessere Überschriften, das gilt vor allen Dingen für das Let's Show. Entschuldigung. Ja, Maschine. Oder e UFC. Nee, das какую- verkriegeln. Komm, das war ein rechtschreifelster, Fischer. Ein neighbors mit Fehler. Du kommst, dann gerankt. Nee. Nee, das war nie rechtschreifelster. Ne. Das war nie rechtschreifelster. Nee. aber auch so gut nun nun um die Ecke und ich dachte das ist gut das ist es so ist es geschafft ich bin nicht so gut Wut entfangen das ist ist denn? Was war das denn? Ich bin doch genau in der Mitte aufgekommen. Bist du schlecht. Nee, kannst du gleich mal ein Video ansehen. Ich bin genau mittig im Pool angekommen. Ich bin gar nicht in den Pool rein. Da schon wieder. Ich glaub, eh, ja, ich hör mal auf dich und spring dir den Pool rein. Ja, hör mal hierüber auf dich. Hääääh! Die Oma, ey. Ähm. Machen wir es doch mal so. Mach mal bitte den Regen aus. Ach so. Ja, spring doch einfach mal drüber. Oh Mann. Danke. Ey! Bitte. Das sind du trotzdem an mich. Danke. Scheiße. Oh Mann. Einmal darf ich dir auch mal ein-zahnen. Ja. Ich werde das mal sein. Nein. Ach, ne. Ich werde das mal mit dem Tobi zusammen tun, der hat dann nämlich ein bisschen Erfahrung mit. Oh, der Tobi hat Erfahrung, womit hat er ich keine Erfahrung. Doch, der hat das schon für mich mal gemacht. Fick dich. Scheiße. Hey, hat er auch das Thumbnail vom Wargier gemacht? Na, welches Thumbnail von Borgi? Oder das Letzte Wargier? Was hat er denn da für Thumbnail gemacht? Ja, oder gar keine, da ist es ja... Ja, eben kein Thumbnail, das ist ja... Oh Gott, das ist ja so geil. Wow! Mein Gott, dieses Date hier riecht mich aber auch wieder auf. Und wie lange nehmen wir auf, Till? 43 Minuten. Eine muss noch durchschalten. Schön. Wieiii! Ja. Oh, noch mit. So, jetzt hat er den Sprung wieder geschafft. Mach's. 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 Ach, mich reg's langsam auf, dass er es nicht schafft, äh, den Sprint... Den Sprint... Jetzt läuft gar nichts mehr. Dass er nicht schafft, den Sprint schafft. Ich geh's auf. Einer, ein Versuch jeder noch. Ja. Hui. Aber wie gesagt, ich find die Map trotzdem gut, Leute. Das werden wir einfach über die Map fluchen. Die Map ist gut. Über welche Map kann man eigentlich nicht fluchen? Oh, Mann. Oh, okay, nur ein Versuch. Dann mach, also ihr bleibt jetzt hier oben stehen. Dann führ mich mal, geh du in den Kreativmodus und fliegt mit. So, ganz, so, jetzt gar nicht mehr. Wer mich hier einfach, wer mich die ganze Zeit runterschubst. Ah, wer mich einfach hier runterschubst. Genau. Das war's soweit von dieser Aufnahme von, äh, Just Jumps, Minecraft. Und ich würd sagen, ich beende hier mit die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich soll euch festmachen. Vielen Dank.